In Excel kann man quasi alles machen. Das Programm hat Funktionen für quasi jede nur so erdenkliche Anwendung. Die Sache ist nur, die Profis, die mit Excel jeden Tag arbeiten, so wie auch wir, die ja Kurse dazu machen, kennen irgendwann die wichtigsten Funktionen und man kann einfach damit beginnen, in einer Zelle irgendetwas zu schreiben. Aber was ist, wenn ich jetzt vor einem Arbeitsplatz sitze, zum Beispiel diesen hier. Ich habe hier eine extrem große Liste mit verschiedensten Daten und ich habe den Auftrag bekommen, ich soll herausfinden, wie viele unserer Kunden Bestandskunden sind. Dann kann ich natürlich jetzt anfangen, um das alles durchzuzählen. Wenn diese Liste mehrere tausend Einträge hat, bin ich da aber ewig beschäftigt. Dann denke ich mir vielleicht, okay, es muss doch eigentlich eine Funktion geben in Excel, die genau das macht. Ich habe aber überhaupt keine Ahnung, wie diese Funktion heißen könnte und wie ich das verwende. Dazu gibt es einen einfachen Trick in Excel. Ich kann natürlich Funktionen einfach in eine Zelle eingeben. Ich kann auch, wenn ich das möchte, oben im Menüband zum Punkt Formeln gehen und dann finde ich hier verschiedenste Funktionen in diese Bücher sortiert. Ich kann zum Beispiel schauen, okay, was gibt es für mathematische Funktionen, was gibt es für Funktionen für Datum und Uhrzeit etc. Ich kann aber auch auf diesen Funktionen-Einfügen-Button hier klicken, den ich entweder im Formel-Tab hier finde oder aber auch, ohne dass ich überhaupt in das Formel-Tab muss, hier in meiner Bearbeitungsleiste mit diesem FX-Funktion einfügen. Und diesen möchte ich jetzt einfach mal anklicken. Wenn ich das tue, dann bekomme ich dieses Fenster, um eine Funktion einzufügen. Auch hier kann ich eine Kategorie auswählen, zum Beispiel Finanzmathematik oder alle und kann das hier durchsuchen. Zu jeder Funktion, die ich hier auswähle, finde ich unten dann auch eine Beschreibung. Zum Beispiel hier, abrunden, runde die Zahl auf eine bestimmte Anzahl von Stellen ab. Jetzt kann ich natürlich hier das durchschauen, das ist aber auch ziemlich mühselig. Ich kann aber auch eine Funktion suchen und dazu sehe ich hier oben, ich soll einfach kurz beschreiben, was ich tun möchte. Okay, ich will also herausfinden, wie viele unserer Kunden Bestandskunden sind. Ich möchte also im weitesten Sinne etwas zählen. Dementsprechend kann ich hier einfach mal in das Feld hier Zählen eingeben und dann Enter drücken oder OK. Sobald ich das mache, sehe ich, dass ich hier verschiedene Funktionen vorgeschlagen bekomme. Diese kann ich dann wieder auswählen. Ich kann zum Beispiel diese Anzahl 2 Funktion anschauen und sehe dann, zählt die Anzahl nicht leerer Zellen in einem Bereich. Das zählt ja schon mal, ist außerdem nicht schlecht. Ich möchte ja aber nur die Zellen zählen, in denen hier Bestandskunde steht. Es gibt es noch Häufigkeit. Hier bekomme ich eine Häufigkeitsverteilung zurück. Anzahl leere Zellen, also leere Zellen zählen. Und dann finde ich hier diese Zählen-Wenn-Funktion. Und wenn ich mir das einmal kurz anschaue, zählt die nicht leeren Zellen eines Bereichs, deren Inhalte mit dem Suchkriterium übereinstimmen. Das ist ja eigentlich genau, was ich haben möchte. Dann kann ich doch einfach diese Funktion einmal auswählen und auf OK klicken. Und wenn ich das mache, dann kann ich jetzt hier direkt in diesem Fenster meine Parameter eingeben. Zunächst einmal muss ich einen Bereich auswählen. Ich sehe hier auch nochmal eine Erklärung. Das ist der Bereich, von dem ich anfangen will, die nicht leeren Zellen zu zählen. In meinem Fall ist das diese Spalte hier mit der Kundenart. Ich kann also einfach meine komplette Spalte auswählen. Aber es ist egal, wenn das Ganze weiter nach unten geht, denn wir zählen ja nur die nicht leeren Zellen. Also alles, was nach meiner Liste kommt, wird nicht mitgezählt. Den Bereich habe ich also definiert. Und dann muss ich ein Suchkriterium eingeben. Auch das kann ich direkt in diesem Fenster machen. Ist das Suchkriterium als Zahl, Formel oder Text, das festlegt, welche Zellen gezählt werden sollen? In meinem Fall möchte ich hier einfach Text angeben. Das bedeutet, ich schreibe in Anführungszeichen einfach nur das, was ich suche, nämlich Bestandskunde und schließe mein Anführungszeichen. Und ich sehe jetzt hier direkt, bevor ich überhaupt irgendetwas mache, dadurch, dass ich alle Parameter angegeben habe, mein Formelergebnis. Und das ist 17. Ich kann das Ganze dann mit OK bestätigen. Sobald ich das mache, schließt sich mein Fenster wieder. Ich habe hier in dieser Zelle A2 meine Formel zählen wenn drin mit den von mir übergebenen Parametern und ich sehe, das Ergebnis ist 17. Und genauso kann ich, wenn ich vor einem Problem stehe, wo ich denke, da müsste es doch eine Funktion geben, eigentlich immer einfach auf diesen FX-Button klicken und dann eine entsprechende Funktion auswählen. Wenn ich das mache auf dieser Zelle, wo ich bereits eine Funktion habe, wird die einfach geöffnet und ich kann die Daten neu eintragen. Wenn ich das Ganze auf einer leeren Zelle mache, dann bekomme ich wieder dieses große Fenster und kann erst einmal suchen und dann eine Funktion auswählen, von der ich denke, dass ich damit mein Ziel erreichen kann. Wie gesagt, ich kann die Funktion natürlich auch immer direkt eingeben und wenn ich jetzt das einmal gemacht habe, dann weiß ich, Mensch, es ist ganz einfach. Wenn ich jetzt herausfinden möchte, wie viele Neukunden wir hier haben, dann kann ich einfach eine Zählen-Wenn-Funktion verwenden. Ich schreibe also das Gleichzeichen und dann kann ich sagen, Zählen-Wenn, bestätige das mit Tab, gebe meinen Bereich an, wieder dieselbe Spalte und dann nach einem Semikolon mal Suchkriterien. In dem Fall könnte ich zum Beispiel Neukunde angeben, schließe meine Klammer, bestätige das mit Enter und sehe, okay, fünf Neukunden. Und so kommt eben mit der Zeit, mit der Arbeit mit Excel die Erfahrung. Und wenn ich das nächste Mal vor einem ähnlichen Problem stehe, dann muss ich vielleicht irgendwann nicht mehr den FX-Button drücken, sondern weiß direkt, Mensch, da gibt es die Zählen-Wenn-Funktion, kann ich ganz einfach lösen. Wenn dir dieses Video gefallen hat oder weiterhelfen konnte, dann freuen wir uns natürlich über ein Like und ein Abo. Und für den Fall, dass du mehr über Office 365 oder im speziellen Excel lernen willst, solltest du auf jeden Fall den Link in der Beschreibung anklicken. Dort findest du unseren Online-Kurs, mit dem wir schon Tausenden dabei helfen konnten, zum Microsoft-Profi zu werden. Und wir würden uns natürlich sehr freuen, auch dich dort wiederzusehen.